Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video des CDU-Stadtverbandes Münzenberg. Ich möchte heute ein klares Statement der CDU abgeben zu dem Brandschutz der städtischen Feuerwehr in der Stadt Münzenberg. 2014-15 hat der CDU-Stadtverband Münzenberg einen klaren Grundsatzbeschluss gefasst. Wir sind der Meinung, dass die Feuerwehr der Stadt Münzenberg mit der Vier-Standort-Strategie immer noch auf dem richtigen Weg ist, Veränderungen sollen nur erfolgen, wenn dies auch von den Führungskräften und von den einzelnen Standorten befürwortet wird. Die CDU unterstützt ganz klar die Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die städtische Feuerwehr und in der ablaufenden Legislatur wurden viele Maßnahmen von Umkleidung schaffen, Schulungsräume schaffen, Modernisierungsmaßnahmen in einzelnen Standorten und auch Fahrzeugbeschaffungen, viele Sachen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes umgesetzt und dies wird von der CDU Münzenberg ganz klar unterstützt. Danke sagen möchte die CDU an dieser Stelle natürlich auch den vier Feuerwehrvereinen, die an den einzelnen Standorten der städtischen Feuerwehr die Feuerwehrarbeit finanziell und ideell unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre der Brandschutz in unserer Stadt nicht auf diesem Niveau. Aber was wäre die ganze Ausstattung ohne die einzelnen Feuerwehrmänner und Frauen? Und da möchte ich an dieser Stelle mal ganz klar Danke sagen. Danke für das Engagement, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden einsatzbereit zu sein und bereit zu sein, im Zweifelsfall das Leben zu gefährden, um andere zu retten. Und ganz klares Danke auch an die Führungskräfte in der Stadt Münzenberg, die eine sehr gute Feuerwehr für uns führen, gestalten und voranbringen. Wir wollen ein verlässlicher Partner sein und wollen in der Diskussion und im Gespräch auch dieses weiter voranbringen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liken Sie uns, kommentieren Sie, diskutieren Sie, kritisieren Sie und abonnieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal, Ihre CDU Münzenberg.